Meine Familie, mein Zuhause und meine Arbeit, genau, die mache ich ziemlich gerne. Was ist das für eine Arbeit? Naja, ich mache so Beratungsarbeit zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Neonazismus, also das, was zum Teil in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Was ist heilig für Sie? Ja, also heilig ist für mich natürlich der liebe Gott, mein tägliches Leben mit dem lieben Gott, ihm darin zu begegnen im Alltag und dabei hilft mir besonders auch als Marienschwester von Schönstatt dieses Leben in und von dem Heiligtum von Schönstatt aus. Familie und Gesundheit, Untertrachtenverein. Familie, Freunde und natürlich auch Gästebieter. Meine Familie und meine Freunde. Was ist dir heilig? Heilig. Heilig ist mir ganz persönlich persönliches Glück, Freude und Gesundheit. Also nicht nur von mir, sondern auch von meinen Mitmenschen, die auf meinem Weg gehen, die mich bereichern und die ich bereichern kann. Dass man heilig ist. Nächstenliebig. Was ist Ihnen heilig? Du! Ich bin beginnt. . Untertitelung des ZDF, 2020